hallo und sehr ganz herzlich willkommen zu diesem video von monstercad beziehungsweise monstmanual ich bin's ayad und in diesem video wollen wir uns in die league conference begeben denn ich habe jetzt einfach mal bock ein bisschen zu schnesseln ihr seht hier auch meine teams das hier sind sie einmal hooper mit dem ultramond necrozma und wir nehmen dann noch tapulele zweites team wird sehr wahrscheinlich ein flugteam sein da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher wird das team wird hier mein arzt zusammen mit den sort of justice sein oder die kürze mit kürze oder eine mischung wir starten aber direkt und es gibt sogar in zwei tagen was zu feiern aber wahrscheinlich weil es nicht feiern da muss man schauen denn in zwei tagen gibt es diesen youtube kanal seit genau einem jahr das ist schon richtig krass ein jahr lang jeden tag videos hochladen jeden tag aufnehmen jeden oder je woche streamen das ist richtig krass und ich finde es auch vor allem auch mega da ich so lange durchgehalten habe weil gerade wenn man etwas neues anfängt denkt man natürlich okay das kann sein dass man es nur ein zwei drei monate macht dann macht es nicht kein spaß mehr aber ja es macht immer noch spaß immer noch am ball und ich sag mal so jetzt da ich schon fast ein jahr lang mache will ich sagen jetzt gibt es auch kein zurück mehr und das lecker ein klein wenig ne ok geht aber es ist richtig krass auch ich weiß ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe keinen plan was heute los ist von gestern bin ich zu bett gegangen 1566 abonnenten heute beziehungsweise jetzt sitze ich hier nehme auf und 1599 abonnenten ja also paar aus über 30 abonnenten also ich weiß nicht was los ist auch die aufrufe normalerweise waren es so zwei bis drei drei bis 4000 aufrufe so in den letzten 48 stunden also das ist so die norm gewesen aber jetzt in den letzten 48 stunden gab es 8400 aufrufe es hat sich einfach mal verdoppelt ok es kommt natürlich auch auf die videos an aber auch da also ich ja ich weiß echt nicht was ich davon was ich dazu sagen soll weil unser huber verreckt gerade ok doch nicht es lebt noch aber leider vielleicht das jetzt gleich ok leider obwohl doch wir können sie angreifen wenn die frage gewinnt sollten wir greifen jetzt hier einfach mal beim an so nummer eins ist schon mal gone nummer zwei ist auch leider kann uns dazu ok da wurden jetzt auch gekillt weil ich werde trotzdem mal auch wenn der pferd nach unten geht die ulti einsetzen indem die ulti reduziert den angriff schaden okay ich würde jetzt einfach mal sagen das war es das war es leider merkt man hier ist auch ein großes problem dass die hiddens er die health items nicht wirken beziehungsweise dass man den effekt davon nicht hat und theoretisch sollte oder dürfte sonst unser huber nicht gestand werden schade sobald wir unser und rambo die großma haben haus dann wird uns ja wir sind so schnell keiner mehr besiegen können hooper in der mitte ultrambo die großma oder sonne die großma das einzige team das dann noch probleme machen könnte wäre hooper zum beispiel mit messbred oder mit zelebih so dass es gleich am anfang die ulti einsetzen kann aber sobald wir die überlebt haben ist der rest ein kinderspiel da seht ihr jetzt auch hier kürrenz easy easy ich sag mal so wenn jetzt unsere quasi ja wenn unsere quasi beliebt dann easy okay jetzt 1 1 jetzt entscheidet das letzte team und ich glaube ich haben wir arzt ist mit den kürrenz oder arzt ist mit ins sort mit den kürrenz oder mit den kürrenz oder das wird jetzt interessant er hat leider tabu coco hier wären vielleicht die sorts of justice besser gewesen gibt es heute ein eis wetter buff kann es sein denn hier steht überhaupt permanent und über den meister mal nicht auch schön den speed verringern er ist clever geht das mal auf arzheis dann geht er okay weiß natürlich mit dc und relativ schnell loswerden jetzt wird es interessant der kampf war sogar echt knapp muss man sagen aber wir haben es geschafft 2 zu 1 für uns denke da spricht man für unsere teams ja ich bin immer das sogar ich hoffe jetzt wirklich die tage wird dann endlich ultramonten cross bekommen nicht wieder eine eventsänderung wird man noch mal sogar leo bekommen können deswegen seht schon ich habe immer dieses level von 100.000 dias da damit auch wirklich alles reicht das ist wahrscheinlich ein bisschen bitter wenn wir dann was weiß ich 298 schad zu haben und dann haben wir keine dias mehr jetzt setzen wir mal die source of justice ein hey ground ok jetzt sehe ich es gerade es gibt sogar ein wetter oh mit nihilego das ist natürlich auch böse für den modus hier ja ok ein problem wird auch sein wenn wir verwirrt sind oder wenn es uns verwirrt obwohl ja doch aber unser ultramond necrosma äh unser ultrason necrosma kann nicht ja ne kann ich kann nicht vergiftet werden genau man sieht doch schon jetzt schon sei jetzt mal ein bisschen schiss er geht nämlich auf ultra ultramond der ultrason necrosma mann wieso soll ich im ultramond necrosma gibt euch diese power geil da habe ich gedacht okay er zieht sie mal zurück schade aus seinem hooper jetzt ist er safe und dann bam oh ja ultrasonne necrosma sind konter gegenüber hooper jetzt habe ich die bestätigung klar es kommt noch training an und gerade außerhalb vom kampf also muss ich battle tower in arena und so weiter also wo wo nichts gedrosselt wird nichts gedroppt wird dass man natürlich schon schwer denn gerade hooper ist natürlich eines der am best trainiertesten pokémon in der regel und da muss man natürlich dann auch erstmal mit solger leo und lunala nachziehen doch ihr habt es gesehen zum beispiel hier in diesem modus beispielsweise wenn die werte relativ ausgeglichen sind da hat man echt gut gekonnt aber jetzt hatten wir schon wild series da ist ganz klar kommen ein gegner mit 7 millionen besiegt wir hatten im battle tower da ich muss ganz ehrlich sagen da hat es mich nicht ganz überzeugt da man die werte schon ein bisschen low also die steigerung war ein bisschen low dann haben wir jetzt hier die conference da kann das ganz gut durchrasieren wurmloch noch nicht ganz es ist ein angst für sich und wort aufgrund seiner stahl tipps gegen pokémon die vergiften als wäre es natürlich gut wenn hier so eine giftmeter wäre ja also wenn jetzt viele die lego haben oder auch das neue diese neue gift ultra bestiehe da haben wir jetzt natürlich richtig bombe aber auch gegen hooper kommen sie einsetzen oder abgesehen davon dass es so einschüchternd wirkt wenn es hier kommt und diese fette aura und das ist das geile nach dem ersten eingriff nach diesen foten als hier nach dem ersten mal denken die so acht okay es kann ich die erst mal auf hooper hooper ist gefährlicher doch da unterschätzen sie einfach ultra mond niklos mann äh ultra mond sich unter sonne ihr seht schon wie gehypt ich auf ultra mond niklos bin ich sage auch die ganze luther mond niklos war jetzt könnte es jedoch down sein und so unser säuber ok vielleicht doch nicht in effektiv aber besiegt so muss sein richtiger des respekt aber man muss sagen was wir ist der elston dubs respekt stufe 86 und solche pokémon davon konnte ich nur träumen als ich auf dem level war okay die gab es auch noch nicht aber na ihr wisst euch meine jetzt hätte ich hier gerne ultra mund und ultra sonne necrows macht und dann hätten wir einfach jetzt gemütlich alle besiegen können obwohl der guardian spirit zeit okay ich sag mal so es ist trotzdem jetzt nicht so schwer aber es hat schon cool ausgesehen wenn er denkt okay ich bin erst mal safe ich habe laute guardian spirit du kannst mir gar nichts und dann bam und alle tot weil man es einfach nicht mehr rin kann da freue ich mich dann auch schon mega drauf auf ultra mond niklos mann btw er hatte sehr wahrscheinlich die sacrifice option für seinen pokémon hier auch ja es ist einfach ehrlich aber ich will ich kommen weiß gerade so gut läuft und so viel spaß macht einen kampf ein kampf machen wir müssen ja auch mal wieder ein bisschen vorankommen jetzt nur noch 3100 punkte also sollten wir hier mal sind wir oder was gibt es denn jetzt momentan wenn man erste wird es gibt es die schade war ja okay will ich jetzt unbedingt haben aber es wäre schon cool es wäre schon cool von so einem pokémon kriegst du halt auch recht selten aber was heißt es geht nur hier drin aber wenn du dann natürlich so das gardero hast oder wieder wie zuvor sind hier ist dann kannst du damit natürlich auch eindruckschritten jetzt bin ich gespannt letzter kampf können wir auch hier siegreich das wird jetzt wieder schwer das wird ist wieder echt wieder schwer weiß die frage auf wen soll mir als erstes gehen theoretisch würde ich sagen tornados in tornados aufgrund dieser deutsch welt die man durch seine ability bekommt das ist übel doch quasi drückt den damage auf doom raus und wo verhält das verraten können ja das ist gerade eben gesehen so und jetzt wird es interessant denn jetzt könnten wir auch gestand werden ja zwei sind gestand rupers das daumen jetzt haben sie ein problem verdammt jetzt haben wir ein problem oh hat er clever gemacht nicht okay wir sind nicht jetzt versuche ich einfach hoch zu droppen er wird sehr wahrscheinlich mit der ulti auf unser säuger leo gehen aber weiß was dauern ist konnte er jetzt nicht mehr so viel ein leider sage ich mal so wir schaffen den kampf wieder nicht war und die einsetzen sobald wo die ulti hat wieder von zu besucher sehen können das ist ja relativ stark dadurch wird er ist die ulti einsetzen wir dann er zögert den kampf ein bisschen raus verstärkt sich nach mal jetzt hat er sogar noch weniger leben da schade sehr sehr schade aber wir haben ja noch zwei teams wir sind wieder seine kühe wir schauen ob er das rematch gewinnt ich erinnert dass unser erster kampf oder ja doch das war unser erster kampf jetzt zwei drei kämpfe dazwischen gehabt und jetzt noch mal das rematch wird es diesmal schaffen was glaubt ihr jetzt haben wir nicht unsere kühe rins mit zusammen mit unserem arzt ist sondern die sorts of justice also ob das ist die gute in der gute wahl war oder nicht ist jetzt die frage wird sich auch gleich herausstellen das gute ist unser hohe hat auch noch die ability ihr seht es ja unten an dem zeichen hier an dem das hier ist die ability ne das hat doch das müsste die ability die ulti haben wir noch nicht eingesetzt und dadurch könnten wir uns noch mal wieder belegen okay jetzt steht das 11 der letzte kam diesmal auch die sorts of justice am stadt hat er hier die sektweise zu unserem killdeo hat er wenn wir erstmal selebi oder gerne sekt fokussen geldeo werden wir erstmal so in richtung supporter einsetzen mit den guardians berührt wird es mal eingeht da sollten wir erstmal sein damit stehler loswerden ich glaube erstmal gerne sekt die damit stehler loswerden alle angriffe auf cobalion ziehen in der hoffnung dass vielleicht sein kd um ein cobalion kill auch der damage der mensch so viele menschen habe ich jetzt echt nicht gerechnet genesegt dann nächstes aufs der liebe denn ich sag mal so ein kluz wird zwar jetzt nicht so gefährlich aber ich würde trotzdem nicht geboostet haben dann im schlimmsten fall schaffen wir den kampf nicht mehr alles gut alles gut den kampf können wir noch gewinnen ganz egal den von unseren sorts of justice er dann ist das verbleibende oder verbleibende wird geboostet selbi ist gestand dann können wir hier mal ein bisschen aufladen oder ein bisschen heilen besser gesagt so und jetzt wird es interessant genau aber jetzt ist sein keldeo ihr seht ihr die werte gegen mein keldeo das geboostet ist jetzt kommt das würde ich auch mal sagen okay ich würde sagen jetzt kommen wir aufs timing an aber gg ich würde sagen das war ein schöner abschlusskampf ich habe euch ja gesagt die videos oder heute wird zumindest ein video länger 18 minuten ist eine angenehme zeit und ja jetzt ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns bis dann